Liebe Leute, ich darf euch heute recht herzlich zu einer Veranstaltung einladen, die sich betitelt, Junge Musikanten spielt es auf. Das ist eine Veranstaltung des Musikschulverbandes Weidhofen an der Uebs. Und stattfindet das Ganze am Freitag, den 18. März 2016 um 19.30 Uhr im Schlosscenter in Weidhofen. Mit dabei sind Junge Volksmusikensembles der Musikschule, die Randecker Spitzbuben, die Kindervolkstanzgruppe und als ganz besonderes Highlight, wenn man das so sagen darf, die Rotofenmusik aus dem bayerischen und salzburgischen Raum. Und ich, meine Wenigkeit, darf den Abend moderieren. Also schaut vorbei, Eintritt gibt es keinen, ihr könnt ja so vorbeikommen, aber die dürfen wir jetzt schon um den Blatt schauen und wir freuen uns auf euch.